Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte mir mal, ich mache heute mal einen Koch-Session, aber vorher erstmal Zigarettchen rauchen, damit ich dann erklären kann. Ich werde heute etwas, was machen wir denn am besten? Genau, was Indisches. Da arbeite ich dann, ich habe als erstes 500 Gramm Schinkengulasch. Das werde ich dann für die Kamera zeigen. Schinkengulasch, das habe ich eingelegt mit Curry, Knoblauch und Salz. Ich glaube, ich nehme die Kamera besser in die Hand, dann sieht man das besser. Ja, genau. Jetzt. Dann habe ich ein Glas Bambus, eine Salatgurke, ausgehüllt. Einpackung Champignons braun, kleingeschnitten. Dann habe ich hier die Paprika, zwei große Zwiebeln, klein geschnitten. Als Gewürze stehen hier einmal grüner Curry, einmal Garam Salah, da steht das, einmal Eiver und dann hier hinten die Kokosmilch und natürlich auch Kümmel. Den muss ich aber noch holen. Dann habe ich hier bei meinen ganzen Kräutern, hole ich den jetzt mal schnell. So, jetzt. Weil ich ja zwei verschiedene Arten dann mache. Das, was ich jetzt gezeigt habe, ich zeige es nochmal. Ist für vier Personen, also da sind meine Eltern auch mit bedacht. Den werde ich das dann in Tuba reintun. Das ist mein kleiner Herd. Ich habe nur ein zwei Plattenherd, aber das langt für mich. Und dann werde ich ihn mal loslegen. So, die Kamera jetzt erstmal positionieren. Dann hole ich erstens noch ein Schlückchen, was dann trinken. Ja, sehr gut. Ich erhitze. Ich fange mal mit einem Tropf an. Und dann mache ich den anderen, dass man auch alles sieht. Da werde ich einen kleinen Schuss, aber nur einen kleinen Schuss, Rapsöl. Dann kann ich hier auch gleich Rapsöl reinmachen. Und warte dann, bis das heiß wird. Klar, jetzt wissen wir nicht genau. Weil ich ja Pi mal Daumen koche, zeige ich dann, wie viel Gewürz ich rein tue. Dann machst du das einfach nach und das wird auch gut schmecken. Dann habe ich noch hier Ras El Hanout. Da tue ich auch ein bisschen was rein. Das ist so ein arabisches Gewürz. Und statt Salz, ich werde jetzt keine Werbung machen, nehme ich hier Suppenbrühe. Aber ohne Geschmacksverstärker. Ich fühle mal. Na, ist noch nicht so weit. Dann suche ich bloß schnell meinen Kopf dafür, mit dem ich arbeite. Der schaut zwar schon ein bisschen ramponiert aus, aber mit dem koche ich am liebsten. Ich hoffe, dass mein Akku auch dann so lange hält. Ich fange immer mit die Gewürze an. Weil wenn wir die Gewürze erhitzen, entstehen bessere Aromen und es wird intensiver. So, jetzt nehme ich zwei Löffel, zwei Teelöffel voll mit grüne Currypaste. So. Ich verrühre das ein bisschen mit dem Fett. Die grüne Currypaste, die ist nicht zu scharf. Also, dann kann man ruhig schon zwei Löffel reinhauen. Dann mache ich mal den Kümmel auf. Dann nehme ich etwa einen Teelöffel. Ich mache es jetzt mal so viel mal daumen, weil ich weiß ja was ich rein muss. Aber bei euch ist es dann eine. Genau. Und mit Garam Masala, Garam Masala, einen Löffel. Ganz schön angünsten, ein bisschen mit dem Öl. Wenn man merkt, das ist noch ein bisschen zu trocken, dann kann man noch ein kleines Schätzchen Öl nehmen. Aber nicht so viel, weil es soll ja gesundheitsbewusst kochen, ne. So. Dann nehme ich die Hälfte jetzt hier. Von dem Fleisch. Und tue das schon mal rein. So. Man lasse jetzt ein bisschen anbrateln. Wenn die Kutterstöckchen zu groß sind, ich tue die immer drüffeln. Dann bleiben mehr Stöckchen da. Dann ist das auch ein halbes Kilo für vier Personen. Dann tue ich ein bisschen Fischsoße rein. Das ist diese Soße. Sogenannte Tintenfischsoße. Die schmeckt sehr gut, anstatt Salz. Richtig einen guten Schwung, weil es kommen ja noch ein paar Kräuter dazu und auch andere Zutaten. Ja, schön verteilen. Es ist eigentlich auch eine schnelle Küche. Sogenannte Tintenfischsoße. Dadurch, dass es ein gusseiserner Zopf ist, muss ich da ein bisschen mit dem Handzug arbeiten. Oh, diese Gewürze, herrlich. Ich brauche noch keine Feuchtigkeit rein zu uns. Das muss bloß kurz angebraten werden. So. Jetzt habe ich hier meine Zwiebeln. Das sind zwei große Zwiebeln, halbiert und in Scheiben geschnitten. Da tue ich etwa die Hälfte rein. So. Durch die Zwiebel entsteht er dann eh dann beim Anbraten im Saft. Aber es ist schön, wenn das Fleisch keinen Bratensapft rauslässt. Dann bleibt der ganze Geschmack im Fleisch. Das Fleisch habe ich vorher, einen Tag zuvor gemacht und schön eingelegt. damit sie auch die Kräuter gut reinziehen. Da habe ich reingetan, einen Löffel Knoblauch, Pulver und einen Löffel Curry. Und einen halben Löffel, würde ich mal sagen, Esslöffel Öl. Jetzt brate ich das mit den Zwiebeln an. Dann als nächstes nehme ich die Hälfte von Paprika. Ich habe so Paprika mitgenommen. Auch die Hälfte. Dann habe ich hier, das ist der Bambus, schon fertig geschnitten. Da kommt auch die Hälfte rein. Wenn man natürlich mehr Bambus mag, kann man jetzt auch zwei Gläser verteilen. Aber da lang hier mal eins, kannst du Milch das kurz. So, ein Stück. So. Hier, die mache ich jetzt mit Champignon und die andere mache ich ohne. Weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht keine Champignons mögen. Die sind ganz schön. Und da oben drin. Ihr könnt es natürlich auch größere Töpfe nehmen. Aber ich habe nicht nur so klein zu. Aber das ist lang. Also gut, ihr könnt es ohne Champignons malen. Aber ich mache es ja mit. Falls er keinen mag. Dann nehme ich etwa ein Glas Wasser, das sind so 200 Milliliter, schütze es hier oben drüber. So, jetzt kommt statt Salz meine gekörnte Brühe, weil bei Salz ist es so, wenn man einmal versalzen hat, dann ist es versalzen, dann kann man nichts mehr machen, außer man kocht Kartoffeln oder Nudeln, die ziehen ein bisschen das Salz raus, deswegen nehme ich Brühe, wenn es dann zu viel ist, kann man es immer noch ein bisschen verdünnen. Dann nehme ich einmal zwei Teelöffel Brühe, so, das kann jetzt ein bisschen köcheln, dann mache ich jetzt mal den Deckel drauf, einen Moment, den müsste ich hier unten haben. So, da ist jetzt der Deckel drauf, dann fange ich mal mit dem zweiten an, ich hoffe, dass mir jetzt nicht die Sicherung raushaut, ich probiere jetzt erstmal mit dem großen Licht aus, ob man auch noch was sieht. Ja, perfekt. Da genauso, da habe ich schon das Öl rein getan, einen kleinen Schuss Öl, das lassen wir jetzt heiß werden. Das lassen wir jetzt so lange erhitzen, bis die Schampern so ein bisschen kleiner geworden sind und dann geht es auch gleich weiter. Die Beilagen werde ich noch nicht machen, weil ich das ja erst dann am Mittag essen werde. Man kann, Reis kann man, kann man dazu machen, Reisnudeln, Kartoffeln passen das sehr gut dazu, also wie man das möchte. Auch Pommes passen sehr gut dazu, jetzt schaue ich mal, ja, das ist gleich soweit, das ist gleich heiß, das ist jetzt keine Ceran, das läuft über Infrarot, das wird nämlich ein bisschen heißer. Und falls noch Fragen auftauchen, ihr wisst mich ja zu finden. Vielleicht kann ich das kleine hier anmachen, weil das hat man nicht nur 9 Watt. Ja, dann ist es etwas besser. So, jetzt nehme ich das Restdücherfleisch. Da kommen jetzt keine Gewürze rein, noch nicht. Und das andere tue ich schon mal gleich ein bisschen auswaschen. Mit heißem Wasser spülen. Ja. Oh ja. Ich brauche jetzt auch keinen Mundabzugshaube, weil ich habe Fenster auf. Da köchelt das schon mal schön vor sich hin. Lecker schmecke. Hier brät das Fleisch schön an. So. 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 Das ist das hier, das Curry, weil es soll ja nicht beides Fleisch schmecken, ne? So. 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 Dann hier aber auch ein bisschen Fischsoße rein. Das ist ja. Dann haben wir es auch richtig gut rein. Und dann... So. 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 der Bambus Paprika Ich koche eigentlich gerne indisch, thailändisch, vietnamesisch, das ist auch so eigentlich meine meiste Küche was ich mache, natürlich auch national wie Knöbel und sowas oder Schwäbisch, Kehspatzen und so weiter und so fort Dadurch dass die Paprika ja fester ist, wie die Gurke, kommt jetzt da die Gurke mit rein, hier auch Umrührung Hätte natürlich auch eine große Pfanne nehmen können, aber dann haben die beiden Knöpfe keinen Platz drauf Auch hier kommen die Champignons mit rein, aber müssen nicht Wer keine mag, muss auch keine rein tun Dann mache ich den Deckel wieder zu Hier natürlich auch In der Zeit, wo das Bank köchelt Dadurch dass ja Kein Fett auf den Tellern sind, wo ich die ganzen Beilagen jetzt droben hatte Brauche ich die bloß mit warmem Wasser abspülen Abtrocknen Wer natürlich eine Spülmaschine hat Ist auch nicht schlecht Jetzt warte ich bei den anderen Beilagen Bis die Pilze etwas zusammen geschmort sind Hier ist schon alles schön zusammen geschmort So, da kommt jetzt Ich hab hier Kokosnuss Kommt die Hälfte rein Ich hab das vorher ein bisschen umgerührt Ich hab das vorher ein bisschen umgerührt Boah, das gibt ja schon eine schöne Farbe Dann nehme ich bloß mal einen kleinen Löffel um zu testen Ja, ich brauch da noch ein bisschen Fischsoße Das kann man ja dann rausfinden, wie man das haben möchte Ich brauch auf jeden Fall noch eine Da kann man schon richtig gut rein Wenn es ja auch nicht so wie Salz Dadurch dass es ja jetzt mild geschärft ist Habe ich natürlich auch hier noch Schauen wir mal so hier am besten Jetzt ja Das sind Piripiri Da tue ich jetzt hier drei Stück rein Ganze Stücke Machen wir fünf Ein bisschen scharf muss für mich sein jetzt Das andere mache ich ein bisschen milder Weil meine Mutter mag es nicht so scharf So, jetzt sind doch die Pilze schon eingegangen Da mache ich jetzt das gleiche Wieder etwa 200 Liter Wasser Weil die Soße soll ja auch mit dabei sein Und die Zeit Moment jetzt, dass ich hier noch durcheinander komme Dann kommt auch da zwei Löffel Brühe rein Die Löffel Dann untermeng ich das mal schnell Dann nehme ich auch ein bisschen Kümmel Ein bis zwei Teelöffel Ein bis zwei Teelöffel Ich mache das mit der Freischnauze Mein Kümmel gibt einen richtig guten Geschmack Außer man mag keinen Kümmel Kann man ihn weglassen Und jetzt köchelt das erste Mal so eine gewisse Zeit Ich würde mal sagen 20 Minuten vor sich hin Und dabei mache ich jetzt eine Pause Und dann gibt es den zweiten Teil Aha Das ist jetzt Nachtsichtgerät Sehr gut Gut